Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 20. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily, 1000, ups, jetzt ist das Dokument weg, 1289. Und ich gratuliere der Stefanie und der Patricia, zwei fleissige Hörerinnen dieses Podcasts, zu ihrem Geburtstag. Die heutigen Themen sind Twitter, Twitter, Acara und Briefmarken. Ja, zuallererst mal Twitter. Es ist das Kleinere von den beiden Neuigkeiten, die gestern und heute über die Bühne gerasselt sind. Twitter hat verboten, Links zu anderen Social Networks einzupflanzen. Das vor allem oben in der Bio, aber auch sonst ein bisschen. Was ist verboten? Ja, verboten, Hinweisen auf Facebook, Instagram-Profile, auf Truthogel und Mastodon, auf Tribal, auf Post, auf Noster und so weiter und so fort. Auch darf man im Link-Link, also da, wo man den Link einbauen kann, wie zum Beispiel beim At Geek Talk Daily Podcast, da kann man direkt den Link zum Podcast hinbekommen. Macht ja Sinn. Dann darf man keinen Link-Tree-Geschichten mehr reinmachen. Link-Tree für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so ein böses amerikanisches Dingens, was ganz viele Daten nach Amerika bringt. Nein, Quatsch. Es ist ein Link, eine einfache Webseite, wo man ganz viele Links unterbringen kann, so mit Buttons. Wo man sagen kann, hier ist mein Blog, hier ist mein Podcast, hier ist mein, du kannst reich werden mit Instagram und weiss nicht was, Angebot und so weiter und so fort. Das soll verboten werden, weil darüber natürlich dann Leute ihre Mastodon und ihre Instagram und so weiter Links darüber verbreiten. Ist das gut? Ist das sinnvoll? Keine Ahnung. Haben andere Social Networks auch schon gemacht. Hier ist natürlich, um ein bisschen die Abwanderung und oder die Promotion von anderen Geschichten und das Rüberziehen etc. zu unterbinden. Wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht, dass Elon Musk und sein Team das jetzt tun. Kann man machen, muss man nicht. Sollte man beachten, wenn man da was drin hat, man könnte gesperrt werden, wenn es dumm geht. Also somit bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann schlussendlich durchgesetzt wird. Was aber vor allem dann gekommen ist, und das ist die grössere Geschichte, Elon Musk hat eine Umfrage platziert. Als ich abgestimmt habe, lag sie irgendwie etwas über 50 zu etwas unter 50 Prozent mit Yes. Elon Musk hat nämlich gefragt, sollte ich von Vorsitz als Twitter-Chef zurücktreten, nicht Twitter verkaufen, sondern einfach nicht mehr der Chef da ganz vorne mit dabei sein. Er würde anhand dieser Abstimmung dann auch Taten fliessen lassen. Dürfen wir mal gespannt sein, ist das so, kommt das so, wie auch immer. Wir werden es sehen und was schlussendlich dann passieren wird daraus. Verschwörungstheoretiker haben schon gesagt, dass man da jetzt natürlich eine schöne Trennung ziehen kann, von wegen, ja, jetzt sind wir alle, die Yes gedrückt haben und die bekommen dann nachher ganz andere Dinge ausgespielt, als andere und solche Geschichten. Man kann auch ganz viel rein interpretieren, wenn man möchte. Ich denke, dass da sicherlich auch einige Tesla-Aktienbesitzer und einige Tesla-Besitzer drin für Ja gestimmt haben, alleine schon nicht, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was Musk macht, sondern einfach, weil sie wieder möchten, dass Musk sich mehr ihrer Tesla-Company widmet. Das kann man natürlich auch somit forcieren. Die Acara Home-App, die braucht man eigentlich gar nicht. Wenn man die kleinen Produkte in das Apple-HomeKit-Universum bringt und somit da dann Möglichkeiten hat. Doch, aber manchmal eben schon, weil die Acara Home-App, die kann ein bisschen mehr als das, was HomeKit kann und somit kann sie doch wieder interessant sein. Jetzt ist sie offiziell mit der Version 3.0.9 auch auf Deutsch verfügbar. Somit versteht man auch ein bisschen mehr. Ich mag mich noch an die ersten Tage erinnern, da war mehr Chinesisch als Englisch. Das hat sich ja schon lange gebessert und jetzt eben auch noch in Deutsch. Finde ich toll, wie die Gadgets selber auch nach wie vor. Dann haben wir noch die mobile Briefmarke und da gab es einen Entscheid vom Landgericht Köln gegenüber, was für die Verbraucherzentrale des Bundesverbands gesprochen hat. Es geht um die Briefmarke, welche man auf den Brief schreiben kann. Wir haben schon im Geek Talk News Format einmal darüber gesprochen, über Lösungen aus Deutschland, und die Lösung aus der Schweiz finden wir sinnvoll, weil praktisch. Das Einzige, was stören kann, ist, wenn man da Briefmarken auf Halde kauft und sie nicht braucht. Bis anhin war nach 14 Tagen das Geld weg und die Marke nichtig. Also somit ein bisschen doof. Deshalb sollte man die nie auf Halde kaufen. Und eigentlich gibt es ja die Verkürzung oder gibt es ja die Verjährungsfrist von drei Jahren, welche grundlegend in Deutschland gilt. Und das Gericht hat dafür entschieden, dass das doch sehr, sehr stark eine Verkürzung von dem ist. Die Post selber sagt, ja, wir haben da nur ein paar Zahlen und das kann dann zu böswilligen Absichten führen. Oder sie haben einfach grundlegend zu wenig Zahlen. Ja, dem ist ja nicht ganz so. Wer rechnen kann, da kann man ein paar Kombinationen machen. 100 Millionen an der Zahl, so in etwa. Und würde man da noch einen Buchstaben mit reinpflücken, mein Gott, das würde abgehen. Aber ja, mal schauen, was sich da bewegen wird in näherer Zukunft. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ich kann in den nächsten Tagen hier für euch da sein. Denn bei mir zu Hause ist die Hälfte der Familie, nee, drei Viertel der Familie liegt krank zu Hause. Und ich bin noch stark am Kämpfen, dass ich das nicht werde. Aber vielmehr fordert natürlich die ganze Energie, die dafür drauf geht. Ja, mal schauen, ob es morgen klappt. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.